Servus, liebe Freunde der gepflegten Waffen-Unterhaltung, ich bin Raim und herzlich willkommen zu einem neuen Taktik-Video. Der Titel sagt es schon, dann mach ich's halt selbst. Was will ich euch in diesem Video heute zeigen? Und zwar, wie ihr eine gegnerische Position entsprechend erfolgreich einnehmen könnt. Da spielen natürlich ein paar Faktoren mit rein, brauchen wir nicht drüber zu reden. Zum einen müssen eure Gegner ein klitzekleines bisschen, ja, euch in die Karten spielen. Aber die größten Faktoren dafür, dass ihr in so einer Situation erfolgreich seid, ist, dass ihr die größere Ruhe und vor allen Dingen auch den besseren Überblick bewahrt. Das sind zwei der Faktoren, die hier ganz, ganz wichtig sind. Wir schauen eben gerade mal hier nach, was wir hier für eine Situation gerade haben. Wir sind auf gefrorener Pass unterwegs. Ihr seht das hier, die Teams, naja, ja, sind schon noch relativ ausgeglichen. Wir sind schon mittendrin in der Runde, wir haben schon 973 Punkte. Eine Zone haben wir schon gecappt, einmal sind wir selber schon draufgegangen und vier Fahrzeuge haben wir schon rausgeschossen. In der Situation vorher bin ich an dieser Ecke hier vorne rausgeschossen worden. Der Gegner hat das natürlich entsprechend genutzt und hat A wieder zurückerobert. Jetzt schauen wir hier eben gerade mal, was wir hier alles gerade so haben. Dafür mache ich mal eben gerade ganz kurz die Plaketten an. Wir gehen in die freie Ansicht und gehen hier einfach mal rein und schauen, was hier gerade so los ist. Was wir aktuell sehen, ist eine PT-76, ein Tiger H1, ein Panther D und ein IKV-103. Das heißt, wir spielen hier gerade 1 gegen 4. Heißt also auch, wir haben hier eine Situation, die für uns tatsächlich, ja, nicht gerade wirklich vorteilhaft ist. Und da fängt schon das Erste an. Wir wissen zwar jetzt hier an der Stelle, dass wir vier Gegner vor uns haben. Aber wie wir hier unten stehen, ja, wissen wir es natürlich noch nicht. Wir wissen nur, dass der Gegner A schon gecappt hat und wir jetzt gucken müssen, dass wir entsprechend hier versuchen, zumindest die Gegner aufzuhalten. Vielleicht können wir hier dann auch einen entsprechenden Push initiieren und A zurückerobern. Das ist die finale Intention. Erstmal müssen wir uns aber einen Überblick verschaffen. Denn ihr seht das, wir sind hier unten auf der Minimap hier die einzigen. Eventuell schaffen es unsere Teammates, hier von hinten zu A ranzukommen. Das könnte aber auch zu einem Problem werden, denn der Spawn der Gegner ist direkt hier, wie ihr sehen könnt. Und das heißt, die Gegner könnten dann eventuelle Kräfte, die hier von uns hier rüber kommen, von hinten einfach rausnehmen. Also rechnen wir erstmal damit nicht, dass wir hier entsprechende Unterstützung von hinten bekommen. Sondern wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen darauf verlassen, dass hier in dem Bereich niemand der Gegner durchkommt. Und unsere Teammates diesen Bereich frei halten, sodass wir uns hier auf die Gegner konzentrieren können. Also los geht's. Wir probieren uns jetzt erstmal hier, ich mach die Plaketten in der Zeit jetzt mal aus, eine Position zu holen, in der wir nicht so leicht beschossen werden können. Wir sehen hier jetzt schon den Tiger 1. Der Tiger 1 bleibt hier entsprechend hängen. Er sieht uns glücklicherweise nicht, beziehungsweise zu spät und somit können wir ihn schon mal hier rausnehmen. Immer mal auch der Blick nach links, nämlich nach hier unten, um zu gucken, dass da auch keine Gegner sind. Da vorne hört man es schon ein bisschen knattern und ihr seht hier auch, der PT-76, den wir vorhin schon gesehen haben, der steht hier. Hier kommt der Panther D, den wir hier sehen können, durch die Rohre, durch die Lücke. Er hat uns jetzt nicht gesehen, aber wir ihn zuerst. Wir haben ihm die Kette gezogen, das heißt, er ist schon mal in der Reparatur. Und dadurch, dass er sich bewegt, ist er tatsächlich nicht in der Reparatur. Wir nutzen hier also den Nachschuss und drücken ihm eine in den Turm rein. PT-76 an der Stelle hier jetzt am Nebeln. Ich weiß ja, wo er steht, habe jetzt nochmal einen Blindschuss abgegeben und versuche jetzt hier an der Stelle meine Artillerie auf den PT-76 zu legen. Ich weiß nicht genau, was sich der PT-76 dabei gedacht hat, hier jetzt zu nebeln. Vielleicht hat er gedacht, ich würde entsprechend versuchen, ihn zu pushen. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich so sein Gedanke sein. Ich halte hier an der Stelle jetzt nochmal an. Wir hätten jetzt hier noch eine andere Möglichkeit gehabt. Wir hätten jetzt hier noch eine Möglichkeit gehabt, weil, was ich nicht sehen kann, kann der Gegner auch nicht sehen, wenn er Nebel hat. Wir hätten jetzt hier noch rüberfahren können, um uns hier quasi so halb in die Flanke der Gegner reinzustellen. Wir haben aber hier meiner Meinung nach deutlich weniger Deckungsmöglichkeiten, als wenn wir hier jetzt weiterhin den entsprechenden Stein nutzen. So, wenn jetzt natürlich ein Gegner hier kommt, der kann uns von links beschießen, ist natürlich so eine Sache, muss man sich zu entscheiden. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach da hinten an der Ecke stehen zu bleiben, denn hier haben wir auch nicht genug Wirkbereich in den entsprechenden Tunnel rein. Also, das nur zur Erklärung, falls sich jemand denkt, warum nutzt er denn nicht den Nebel und fährt hier rechts rum. So, jetzt hört man den PT-76 immer noch. Der Panther ist mittlerweile fertig repariert und wieder zurückgefahren. PT-76 steht hier noch. Wir haben ihn mit der Artillerie auch kurz wohl getroffen. Da steht der Panther jetzt schon wieder. Wir ziehen ihm nochmal die Kette. So, Panther hat geschossen. Wir schießen ihm in die gleiche Stelle, in den Turm, weil wir wissen, er hat nicht mehr genug Besatzungsmitglieder und somit ist jetzt hier Gegner Nummer 2 raus. So, auch hier jetzt immer noch die Situation, dass der PT-76 noch da ist. Der IKV, der hat uns jetzt sehr in die Hände gespielt. Deswegen konnten wir ihn hier jetzt glücklicherweise auch noch rausnehmen. Wir haben jetzt also 3 von 4 Gegnern schon rausgenommen. Und die Gegner selber haben hier schlicht und ergreifend einfach keine Kräfte nachgezogen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch einen One-on-One. Und ihr seht hier, der PT-76, er versucht es hier gerade, aber wir sind schneller gewesen. Und jetzt haben wir hier innerhalb kürzester Zeit die 4 Gegner rausgenommen. Jetzt steht hier aber immer noch ein 5. Gegner, der jetzt noch dazu kam. Eben gerade habe ich schon gesagt, die Gegner haben keine Kräfte nachgezogen. Stimmt aber nicht. Jetzt steht hier noch ein Tiger-1. Und wir haben hier vorne noch das Sonderkraftfahrzeug 234-2. Ja, der hat uns jetzt eben gerade noch beschossen. Wir fahren hier zurück. Wir sehen ihn früher als er uns. Und was haben wir hier also gemacht? Wir haben jetzt an der Stelle 6 Gegner rausnehmen können. Ihr erinnert euch, wir haben mit 4 Abschüssen die Situation begonnen. Und jetzt haben wir hier 6 Abschüsse selbst gemacht und können jetzt in aller Ruhe den Cap zurückerobern. Und ich bleibe jetzt absichtlich genau hier stehen, weil hier habe ich genug Deckung hinter diesem Waggonwrack, um den entsprechenden Recap zu bringen. So, und jetzt ist es ganz wichtig an der Stelle, das möchte ich jetzt noch kurz final sagen. Wenn wir jetzt A zurück eingenommen haben, noch ein paar Worte dazu verlieren, wie man jetzt hier entsprechend hätte weitermachen können. Beziehungsweise, wie jetzt mein Tipp wäre, hier weiterzumachen. Es kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Auf die Situation auf der Minimap und natürlich auch auf die Situation, die ihr gerade auf dem Spielfeld halt habt. Wir haben genug eigene Kräfte, um sagen zu können, okay, wir müssen uns nicht hetzen. Wenn wir uns die Tickets hier oben angucken, dann seht ihr, dass die Gegner, das seht ihr schon anhand der Balken, deutlich in Führung liegen. Ja, und wenn wir uns die Punkte hier angucken, 6904 zu 7956. Ja, also es sind knapp 1700 Tickets und ihr wisst selber, wie schnell der Ticketbleed halt entsprechend geht. Wichtig ist jetzt an dieser Stelle hier, meiner Meinung nach, dass man hier nicht zu vorschnell handelt, sondern vor allen Dingen erstmal wartet, bis sich der Ticketbleed umgedreht hat. Ja, weil man läuft sonst Gefahr, das ist zumindest meine Meinung, dass man, wenn man rausgeschossen wird und ticketmäßig nicht in Führung liegt, wieder viel zu sehr unter Stress gerät, um dann zu verhindern, dass der Gegner den Punkt wieder zurückhält. Wir haben hier eine gute Position, wir können diese Position entsprechend halten, wir sollten diese Position entsprechend halten. Und wie wir hier auch entsprechend sehen können, wir sind zwar ein bisschen weit verstreut hier, aber das sollte relativ gut aussehen, dass die Gegner hier an jeder Stelle irgendwie von unserem Team beschäftigt werden und wir hier entsprechend stehen bleiben können, um den Gegner dann auflaufen zu lassen. Wann dann die Situation eingetreten ist, dass man hier rüber hinaus weiter auf den Gegner antreten kann, beziehungsweise dann eine neue Kampflinie aufmacht, zum Beispiel halt jetzt von hier, wo wir hier stehen, nach dann hier vorne, das muss man dann immer situationsbedingt entscheiden. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, und jetzt geh nach vorne und gib ihm. Denn hier an der Stelle, da gehe ich nochmal gerade ganz kurz hin, sehen wir hier auch gleich, also wir haben hier einen Komet, der noch kommt, und hier steht noch eine DT42, beziehungsweise ein 42DT, also ein Delatorn, und der kann natürlich auch ordentlich Schmerzen verursachen und der Komet natürlich entsprechend auch. Also, hier an dieser Stelle dann lieber ein bisschen Piano machen, warten, bis der Ticketbleed dann wirklich gegen die Gegner geht, das heißt, bis man selber mit den Tickets in Führung liegt, das ist ja im Moment noch nicht der Fall, und dann entsprechend weiter entscheiden, beziehungsweise auch den Gegner erstmal auflaufen lassen. So, das war jetzt erstmal soweit diese Situation, die ich euch zeigen und erklären wollte. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, es ist auch klar geworden, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, ja, also das könnt ihr natürlich an der Stelle hier so nutzen, aber wenn ihr den Gedanken im Hinterkopf habt, den ich euch am Anfang gesagt habe, nämlich die größere Ruhe und den besseren Überblick zu bewahren, nicht vorschnell zu handeln und damit die Gegner halt eben auszuspielen, auch wenn ihr alleine seid, dann könnt ihr auch in vielen anderen Situationen solche Momente halt eben klären und auch für euch entscheiden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor bei jedem neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin macht's gut. Euer Raibun.